Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Francesco und in meinen Videos dreht sich alles um das Thema Videografie, Post-Production, Produkt-Reviews oder was sich sonst noch so um das Thema dreht. In dem heutigen Video soll es um das Thema Auflösungen, also Kamera- bzw. Video-Auflösungen gehen. Welche gibt es? Welche ist derzeit der Standard? Und welche solltest du beim Film deiner Videos verwenden bzw. auch nicht verwenden? Antworten auf die Fragen und noch viele weitere nützliche Tipps rund um das Thema bekommst du nach dem Intro. Wenn dir das Video gefallen hat und du was Neues dazulernen konntest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir am Ende einen Daumen nach oben gibst und abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, wenn du auch in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen möchtest. Und nun wünsche ich dir viel Spaß. Für einen Anfänger in der Videografie können die vielen Auswahlmöglichkeiten zur Einstellung des Formats in deiner Kamera oft sehr verwirrend sein. In der Fotografie ist man gewohnt, zwischen lediglich zwei Formaten auswählen zu können. Einmal dem verlustbehafteten JPG und dann andererseits dem verlustfreien RAW. Zudem kannst du dort noch die Auflösung, also die Anzahl der Gesamtpixel mit einstellen. In der Videografie sieht das Ganze jedoch etwas anders aus. Hier hast du auch für jede Auflösung verschiedene Bezeichnungen. Nehmen wir mal das Beispiel Full HD. Hier gibt es Bezeichnungen wie FHD, HD 1080, Full HD, 2K, WUXGA oder auch UXGA. All diese Bezeichnungen beziehen sich dabei auf die gleiche Anzahl an Pixeln, nämlich ca. 2 Millionen Pixel. Unterscheidend tun sie sich dabei lediglich in ihrem Seitenverhältnis und das tut Anfänger oftmals sehr verwirren. In dem heutigen Video möchte ich mich allerdings auf die gängigen Formatbezeichnungen beschränken. Und um dir das Ganze zu veranschaulichen und dir etwas besser erklären zu können, habe ich ein Foto vorbereitet. Mit diesem Foto möchte ich dir den Aufbau eines Bildes in Bezug auf die Auflösung und deren Pixelanzahl aufzeigen. Die Anzahl der Pixel ist ein Maß für die Qualität eines Bildes. Je höher die Pixelanzahl ist, desto mehr Bildpunkte, also Bildinformationen sind enthalten. Dadurch ist das Bild schärfer und qualitativer. Diese Zahl bezieht sich dabei immer auf die Anzahl an vertikaler Pixel und diese auf die Anzahl der horizontalen. Wenn wir beide miteinander multiplizieren, kommen wir also auf die Gesamtanzahl der Pixel, die dieses Bild enthält. Fangen wir nun mal mit dem ersten Format an, nämlich 576x720 Pixel. Diese Auflösung nennt sich SD und steht dabei für Standard Definition. Sie ist die übliche Auflösung des Fernsehsignals, das sie über Satellit oder auch Kabel empfangt, sofern die Sender noch nicht in HD ausstrahlen. Ebenso ist es die Standardauflösung für DVDs. Und nun kommen wir zu 720x1280 Pixel. Diese Auflösung ist ca. 1996 entstanden und nennt sich High Definition. Und ca. 10 Jahre später kam dann auch der Nachfolger Full HD mit 1080x1920 Pixel raus. Und das ist mittlerweile so der Standard, wenn du Videos oder auch Filme auf Blu-rays anschaust. Und hier seht ihr nun UHD mit 2160 auf 3840 Pixel. UHD steht dabei für Ultra High Definition und ist dabei der neue Standard für Fernseh- und Streamingdienste zu werden. In Deutschland ist zur Zeit ein 4K-Fernseher die höchste Auflösung, die euch als Endkunden zur Verfügung steht. Sie ist im Vergleich zu Full HD nochmal viermal größer, was natürlich nochmals einen deutlichen Anstieg der Qualität bedeutet. Wie oben erwähnt hat es auch hier wieder verschiedene Bezeichnungen wie Ultra HD, UHD oder auch 4K. Durchgesetzt hat sich dabei die Bezeichnung 4K, welche mit am gebräuchlichsten ist. Ja und in welcher Qualität sollte denn nun meine Kamera filmen können? Bist du gerade dabei, dir eine neue Kamera zuzulegen und möchtest nun wissen, mit welcher Aufnahmequalität sollte sie filmen können? Dann rate ich dir ganz klar dazu, wenn du professionelle Aufnahmen machen möchtest, vielleicht sogar für Kunden, dann sollte sie auf jeden Fall in 4K filmen können. Auch wenn den meisten Kunden Full HD ausreicht oder sie vielleicht sogar ganz speziell danach fragen, macht es auf jeden Fall viel Sinn, deine Aufnahmen trotzdem in 4K zu filmen. Denn du kannst das Ganze nachher in der Post-Production trotzdem in Full HD ausgeben. Die Schnittsoftware samplert das Ganze dann runter und du hast dann trotzdem, obwohl du in Full HD ausgibst, dadurch, dass du in 4K gefilmt hast, nochmal eine bessere und schärfere Aufnahmequalität. Der Kunde möchte das Ganze meist in Full HD haben, laut meiner Erfahrung, weil er es wahrscheinlich auf seiner Homepage oder generell auf seiner Webseite präsentieren möchte. Und da ist das Ganze dann bezüglich der Ladezeiten ganz einfach besser. Aber wie gesagt, durch den Vorteil, dass wenn du in 4K gefilmt hast und das Ganze in Full HD ausgibst, hast du trotzdem dann eine schärfere Qualität, obwohl du in 1080 ausgibst. Aber nicht nur das, du hast ebenso riesige Vorteile in deiner Post-Production. Du kannst Kameraschwenks, Zoom-Ins oder auch Bildstabilisierung viel besser nutzen, weil du dazu in das Bild reinzoomen musst. Und hättest du nur in Full HD gefilmt, würdest du dann natürlich nochmal Qualität verlieren und dann wird dein Bild für professionelle Tätigkeiten ganz einfach doch etwas zu schlecht. Aber ebenso wichtig beim Kaufen einer neuen Kamera ist die Aufnahme-Bildrate, in der die Kamera filmen kann. Die meisten Kameras auf dem Markt können derzeit schon in 4K filmen, dann aber meistens lediglich nur mit 25 FPS. Möchtest du mehr wie 25 FPS, dann wird es schon sehr, sehr teuer und geht in den Bereich von mehreren tausend Euros. Full HD dabei ist bei den meisten Kameras schon mit bis zu 120 FPS möglich. Und das bietet dir ganz einfach in der Post-Production die Möglichkeit von Zeitlupen-Effekten. Du kannst also in deiner Post-Production deine Videos von zum Beispiel 120 FPS auf 25 runter schrauben und hast dadurch einen sehr coolen Zeitlupen-Effekt, den du in vielen Videos sehr geil nutzen kannst. Aber mehr zum Thema Aufnahme-Bildrate und mit wie viel FPS du deine Videos filmen solltest, damit sie professionell aussehen, erkläre ich dir in einem meiner nächsten Videos, das die nächsten Tage kommen wird. Ja und die eigentliche Ausgangsfrage, mit welcher Auflösung ihr eure Videos filmen solltet, ist damit eigentlich schon beantwortet. Bist du lediglich ein Hobbyfilmer, dann reicht natürlich auch eine Kamera, die nur 720p filmen kann und etwas günstiger ist, vollkommen aus. Solltest du aber wirklich professionelle Aufnahmen machen, dann muss es wirklich mindestens Full HD sein, denn das ist der derzeitige Standard, das du deinen Kunden auf jeden Fall mindestens rausgeben solltest. Besser ist allerdings wirklich noch, wenn du in 4K filmen kannst und du bist damit auch zusätzlich für die Zukunft abgesichert mit den Videos, die du heute drehst, kannst du dann nämlich auch noch was anfangen, wenn 4K der Standard wird. Ja und wer nun meint, mein Smartphone kann auch in 4K aufnehmen, ich mache meine Aufnahmen einfach damit, den muss ich leider enttäuschen. Aufgrund der Größe des Sensors und der höheren Kompression sind 4K Aufnahmen vom Smartphone natürlich niemals so hochwertig wie die von einer DSLR oder DSL-M Kamera. Hier auf dem Foto seht ihr verschiedene große Sensoren und je größer der Sensor ausfällt, desto mehr Informationen kann die Kamera verarbeiten und ist so in der Lage, Videos mit einem besseren Dynamikumfang und einem geringeren Rauschen zu erzeugen. Ebenso besser schneidet dieser Sensor dann auch bei schlechteren Lichtverhältnissen ab. Aber mehr zum Thema Sensoren gibt es dann auch wieder in einem meiner Folgevideos. Und das war es dann auch schon zum heutigen Video, ich hoffe dir hat es gefallen, du konntest was Neues beilernen und konntest dir einiges dabei rausziehen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, abonnier auf jeden Fall meinen Kanal und bei irgendwelchen Fragen stell sie mir einfach unten in den Kommentaren, ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Film deiner Videos und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.